Die Modulen sind nicht auf Stufe 3 Aber ihr werdet jetzt selbst sehen, ich habe jetzt hier immer zwischen Zielfernrohr und Reflexvisier hin und her geswitcht Meistens benutze ich immer das Reflexvisier, denn für mich ist halt Sniper eine Klasse, die ich bis jetzt fast noch nie wirklich so gespielt habe in den Games In Battlefield 3 habe ich es immer nur so angespielt, hatte Spaß mit ein paar Kills, aber auch da war es mir einfach zu langweilig Irgendwo hinten in der Ecke zu hocken und die ganze Zeit der Sniper muss man irgendwann selbst mal gesnipet wird oder sonst was Ich würde lieber aktiv spiele im Nahkampf mit der Gauss, was ja eigentlich schon so ein bisschen widersprüchlich ist, aber mit dem Reflexvisier geht das unglaublich gut Also, allgemein, wenn man jemanden trifft mit der Gauss, ist der Gegner so weit down, dass ein normaler Milischlag ihn sofort killt Und das ist das Schöne an der Waffe Sie macht unglaublichen Schaden Und ich habe noch, man könnte noch Schnellfeuer reinpacken, was dazu passen würde, dann habt ihr eure Distanzen, wo die ihr schießt, ein bisschen verkürzt Finde ich aber nicht ganz so nötig, ich habe jetzt da drin zum Beispiel Überwachung, dass Ziele, die ich anvisiere, markiert werden, macht es mir einfacher Zum Beispiel, wenn die im Busch versteckt sind, sehe ich sie trotzdem noch sehr gut Oder generell, wenn Getarnte anvisiert wurden von mir, sieht man deren Umrahmung sozusagen Hier seht ihr mal, Schuss, getroffen, Melee, zack, down So schnell kann das geben, der Gauss Und noch als Perk drinne habe ich, dass man nicht vom Radar erwischt wird Also Maximum Radar, das kriegt man ja, wenn man drei Kills gemacht hat und drei Dogtags eingesummelt hat Und dann werden alle Gegner auf dem Map aufgedeckt, außer ihr Was ich natürlich als Sniper sowieso empfehle, wenn ihr irgendwo hier hockt und dann Maximum Radar jemand hat, kommt einer von hinten und sneakt euch weg Was natürlich ziemlich scheiße ist für euch Und wenn ihr mal nicht auf dem Radar aufgezeigt seid, ist das schon richtig nice Auch wenn man das nicht so direkt halt merkt So, und als drittes drin habe ich Ähm, das war Genau, Proximity Alert Also sobald jemand in meiner Nähe ist, leuchten unten links, nehmen der Map diese beiden weißen Striche rot auf Je nachdem wie nahdeckt er ist, werden diese roten Striche halt immer doller Und dieses Knackengeräusch kommt halt auch immer häufiger und lauter So wie im Jägamodus eigentlich Also wenn ihr Jägamodus gespielt habt und euch vor den Hunter versteckt Und ihr merkt, da kommt einer, dann wird es immer lauter, immer lauter Und so ist es auch mit dem Proximity Alert Nur ist es halt auf Stufe 1, auf Stufe 2 wird es halt genauer Und auf Stufe 3 ist es häufiger und lauter Und so könnt ihr genau wissen, wann jemand kommt Ja, als Zeitraum habe ich hier die Rex Ladung Das ist sozusagen das C4 des Crysis 3 Und als Sniper würde ich das immer nehmen Denn ihr seid, wenn ihr zum Beispiel jetzt mit dem Zielfernrohr irgendwo bunkert Also euch hier irgendwo versteckt und schön snipet aus der Richtung Dann packt euch so ein C4 vor euch Also nicht ganz so vor euch, dass ihr noch selbst getroffen werdet Sondern so ein bisschen in Abstand Und sobald euer Proximity Alert Warnung gibt Hört ihr auch mit dem Sniper an, guckt wo der Gegner kommt Rennt so, dass er über die Rex Ladung läuft Und dann zündet ihr sie und macht den Kill Install weg Wunderbare Sache Ja, und als Sidearm, also als Nebenhandwaffe habe ich die Hammer Eine Mutwaffe So, das erstmal zu meinen ganzen Waffen, die ich dabei habe Perks sind auch erklärt Und jetzt zum Spielstil Spielstil Immer schön mobil bleiben, wenn ihr so die Gauss spielt Also ich würde sagen, entweder Sniper oder mit dem Reflexvisier Und ich präferiere erstmal das Reflexvisier, da es Sniper und wie gesagt nicht mein Ding ist Könnt ihr gerne mal ausprobieren Es ist sehr ungewöhnlich, finde ich Mit dem Reflexvisier, aber es funktioniert super gut Wir werden es auch noch sehen So Ja, Modus ist natürlich hier Erober das Relay Erober das Relay habe ich schon mal gespielt Das war damals beim Typhoon Guide, könnt ihr mal reingucken Mittlerweile unser Crysis 3 Guide mit den meisten aufrufen Yeah, ich bin stolz drauf Und ein schöner Spielmodus zum Snipen Vor allem, wenn ihr da die ganze Zeit so wie ich jetzt zum Beispiel Ich habe jetzt meine feste Position hinten Gehe selten raus, so wie jetzt zum Beispiel Ich mache eigentlich fast kaum in der Runde Und laufe dann halt die ganze Zeit hin und her Gucke halt auf den langen Gang Wo kommen die Gegner Kommen welche von unten Sneak ich mich zurück in die Position Jetzt laufe ich mal meine Runden Ich persönlich erobere nicht das Relay Das mache ich erst in der zweiten Runde Weil halt ein bisschen langweilig wurde Aber jetzt hier die ganze Zeit Als ich jetzt sage, gecheckt, kommt da jemand Nein, kommt da jemand Nein, gut, dann gehen wir mal hier hinten lang Kommt jemand zum Relay Nein, kommt einer von der Seite Hm, auch nicht, gut Und so die ganze Zeit halt Also deckt eure Stellung ab Wo könnten die da kommen Immer wieder in guten Abständen Dann werdet ihr auch nicht von hinten überrascht So Ja, und mein Team ist ziemlich stark in der Runde Was natürlich auch ein bisschen Vorteile bietet Ähm Einen guten Mitspieler hatte ich da auch Der PC-Guru Kenne ich nicht persönlich Aber die habe ich auch schon öfters mal echt gespielt Und er war halt ein würdiger Gegner Hat immer Spaß gemacht Und er spielt auch fair Seht ihr, da hinten war einer In den Deckung gegangen Panzermodus immer an Sobald ihr unter Beschuss seid Panzermodus an Leute, das ist wichtig Vor allem, weil ihr kein Autoarmor habt Ähm Mal ist es die ganze Zeit noch ein bisschen Schwieriger Ja Sobald jemand ein Relay schnappt Dann sofort hinrennen Und von oben snipen So einfach ist das Ja Jetzt frage ich mich Wo bleiben die Gegner Hört schon langsam langweilig Jo Übrigens die Musik, die ihr gehört Oder gehört habt Ich weiß nicht, ob die jetzt noch läuft Ähm Gorilla Rodeo Äh Durch die Ishiro Hat er mich so ein bisschen nahe rangebracht Und da gibt es so zwei, drei Lieder Die gefallen mir ziemlich gut Und ähm Eine sehr schöne Band Wir waren gestern auch live dabei In Berlin War wunderschön Ich bedanke mich nochmal hier an Ishiro Dass er mich mitgenommen hat War wirklich Bombe Auch wenn es halt absolut eigentlich nicht meine Musikrichtung ist So, weil ich bin ja so Haus, Elektro und so Aber Echt gute Launemusik Und das Lied, was ich heute habe Das Lied, das heißt Limbo Vielleicht verlinke ich das auch nochmal So Ja, zurück zum Spiel Äh Ich denke mal Die Musik hat mich doch gepusht Im Moment ein bisschen Also irgendwie Hatte ich gute Laune Und so spuckt sich das auf Mein Spielstil aus, glaube ich Und äh Hat gebockt auf jeden Fall Seht ihr das, Alter? Die Waffe rockt So, zack Und Melee Schuss, Melee Einfach mal richtig nice Ja, wenn Gegner getarnt sind Ist das egal, wo ihr trefft Sofort ein One-Shot-Kill Und wenn nicht, dann halt Äh Je nachdem, ne Zwei Schüsse oder Schuss, Melee Kopfschuss ist auch klar, ne Ja Und durch das Reflex Sie hat einfach so was von Mobil und Ich würde sagen Eine sehr schöne Kombination Man muss Also, was ich Äh, festgestellt habe Wenn man mit der Gauss Ohne Aiming schießt Ähm Müsst ihr halt ziemlich nah Am Gegner stehen Und wenn ihr ihn trefft Dann seht ihr ja Das ist ja, wenn seine Rüstung Zerspringt Also Jedes Mal, wenn ihr Einen Gegner trifft Und er nicht stirbt Und ihn trifft Dann seht ihr, wie Um ihn herum so alles Hell aufleuchtet Kurz So wie jetzt zum Beispiel Zack Und der selbst auch Und das ist wahrscheinlich In der Armour-Mode Der in dem Moment Äh, aussetzt Da ihr ihn getroffen habt Und wenn ihr das seht Dann müsst ihr einfach Nur ein Melee nachsetzen Und die Gegner sind dann Zu 90% Irgendwann erledigt Was ich auch bei der Gauss Irgendwie angewöhnt hab Immer wenn ich schieße Springe ich vorher Denn dadurch hab ich irgendwie Im Flug Finde ich Einen besseren Überblick Und eine bessere Chance Hätten Headshot zu geben Und irgendwie Fühl ich mich dabei auch sicherer Also ich bin ja einer Der springt sehr viel In den Runden Und ähm Keine Ahnung Hab das Gefühl Dadurch Schwieriger getroffen zu werden So Die erste Runde ist jetzt Auch gleich vorbei 3, 2 Äh Zu Ende Und in der zweiten Runde Hab ich dann auch mal Ein bisschen angefangen Die Relays zu erobern Ja Mein Loader zeig ich nochmal Am Ende Hab ich schon mal erzählt Und derzeit bastel ich auch An dem Stangguide Also ich hab schon Einen Killstreak Serie Die hat mir ganz gut gefallen Aber das ist einfach zu wenig Das geht nur zu zwei Minuten Oder so Und mein Stangguide soll ja Ausführlich sein Damit ihr wisst Wie ihr mit eurem Rohr umgehen müsst Und Ja Ich habe mich drauf angestiftet Solche Sprüche dann zu reißen Aber Mal gucken Also naja Aber ihr könnt euch drauf freuen Also so Und mein Top 10 Tricks Tipps und Tricks Top 10 Tipps und Tricks Ähm Ja Kommt auch bald Den hab ich jetzt gesehen Aber Leider zu spät Da würde ich auch ein bisschen Mehr Mühe reinstellen Das Video soll qualitativ Ein bisschen besser werden Als meine anderen Weil ich spiele Ich bearbeite meine Videos Derzeit auch mit Movie Maker Das ist richtig schlecht Das ist Also ist halt umsonst Ne Und Man hat halt nicht die Möglichkeiten Und ich bin ganz froh Dass ich so einiges Hinsen bekomme Und mal gucken Ich mir mal Also Ihr müsstet das eigentlich auch schon Mindestens bemerkt haben Dass meine Videos Von Quali-Schnitten Wenn alles schon ein bisschen schlechter Dann weiß ich von Ishimuro Nur noch einen kleinen Schluck genommen Ja Wird hier auch noch angeschrieben Hey Hey Ich habe 99 Abos Schreibt mir Ishimuro gerade Wuuu Einmal noch Dann kommt das 100er Special Oh oh Muss ich mich ja langsam ran setzen Mit Ishimuro Wie geil Ja So Was auch ganz gut ist Und mal so erhöhte Positionen Ich bin ja einer Der spielt fast nie mit dem Stealth-Modus Aber ich muss sagen Auf so einer Map Wo ihr auch nicht vom Radar erkannt werdet Bringt sich der Stealth-Modus doch ziemlich gut Also das könnt ihr echt mal ausprobieren Immer wieder mit dem Stealth-Modus zu gehen Es gibt viele Spieler Die spielen wirklich hauptsächlich mit dem Stealth-Modus Finde ich nicht ganz so gut Da Da man einfach sofort Wenn man leicht gesehen wird Ja Im Stealth-Modus Wenn man die Arschkarte gezogen hat Da ihr erstmal aus dem Stealth-Modus rausgehen müsst In der Zeit seid ihr auch verwundbar Dann sehen die euch die Gänge alle Und Ja Ist halt nicht ganz so das Tolle So Jetzt habe ich auch noch so viel Lay erobert Ja Starke Runde auf jeden Fall So Top 10 Tricks Stammenguide kommen Das war die Gauss Also danach habe ich absolut keine Ideen mehr Also es gibt Ich glaube wir haben die Scar noch nicht gehabt Ähm Hat auf jeden Fall auch eine Waffe Die ich sehr Viel in Crysis 2 gespielt habe Ansonsten vielleicht Sidearm Guides Aber da finde ich einfach Die Nova Pistol ist am stärksten Die Hammer ist Am coolsten vom Aussehen her Und Waffengefühl finde ich auch mit der Hammer Macht richtig Spaß Und die Majestic ist ja eher so eine Waffe mit viel Wumms Aber Ziemlich lower Feuerrate Jetzt wurde ich markiert Tarn und in Deckung gehen Ähm Und die AI ist Eine Waffe Die Für mich absolut Gar keine Vorteile bietet Sie ist einfach nur komisch Ich kann sie nicht leiden Ich habe sie jetzt auch nicht wirklich so oft gespielt Also Vielleicht hat die Waffe ja doch ein bisschen was drauf Aber Für mich war es immer eine Waffe Die hohe Schussrate hatte Dementsprechend also auch ziemlich Äh Wenig Damage gemacht hat Und das Magazin war auch immer instant leer Und das war halt nicht so der Spaß So Jo So viel dazu Ähm Letztes Mal bei meinem Äh Mad Martial War es Mad Martial Ja genau Bei meinem Martial Multiplayer Gameplay Habe ich ja eigentlich gesagt Dass ich die Rhino Kills noch zeigen möchte Und zwar Gibt es ja derzeit die Waffe Rhino Und ähm Ich persönlich Muss sagen Ich hasse diese Waffe Denn sie ist viel zu überpowered Und finde ich Macht das Spiel ein bisschen kaputt Ich wollte ja auch mal So ein Feline Guide machen Also 2.0 Also mein Feline Guide war ja das erste Crisis Video Was ich Was wir hochgeladen haben So Guide mäßig Und ähm Da haben ein paar gefragt Ob wir halt Ob nochmal ein Guide machen können Mit den Modulen Die aufgelabelt sind Was ja mittlerweile schon Lange ist Und dann habe ich gesagt Ja okay Ich spiele dann wieder mit der Feline Und ähm Die Feline spiele ich ja meistens immer In Mid Range Und äh Close Range Und sobald ich da gegen einen Rhino Typ ich spiele Habe ich einfach mal Null Chance Weil es Die Waffe ist einfach mal so krass Ihr seid im Armer Mode Ihr seid im Armer Mode Und er trifft euch direkt Und er tötet euch instant Ihr habt keine Chance Und das ist Viel zu overpowered Und selbst auf Mid Range Oder sogar auf weiter Distanz Ja Irgendwie Scheiß Rhino euch komplett auseinander Und Keine Ahnung Ich finde die Waffe viel zu overpowered Ihr werdet noch ein paar Todesszenen sehen Jetzt gleich Und äh Ist einfach so Ihr läuft ganz normal lang Im Armer Modus So alles Bombe Alles geiles Wetter Und so Und dann zack Seid ihr weg Instant Ohne überhaupt zu wissen Woher kommt der Waffe her Und ich finde Dann sollte wenigstens die Chance haben Kurz den Gegner zu orten Eventuell dann weglaufen zu können Oder einfach mal So ein Feuerfight mit ihr Und so genau Wenn er dann einfach mal Aus dem Bus springt Und euch hier die Shotgun In die Fresse poliert Dann Ja Macht's halt keinen Spaß mehr so Und deswegen Kriege auch kein vernünftiges Gameplay mehr hin Mit der Philein Und Es ist nur ganz selten Dass auf dem Server Keiner die Rhino spielt Und das ist Dann macht's wieder richtig Spaß Das war dann wie früher Leute Und das ist halt weg irgendwie Ja Macht Ist ein bisschen schade finde ich Aber Kann man ja nicht ändern Ich hoffe halt Dass die Waffe demnächst genervt wird Genau Vielleicht sollten wir auch ein bisschen mehr Mit der Rexladung spielen Also zum Beispiel gerade so Ähm So gerade mit Errobert das Relay Einer eigenen Äh Eigenen Relay halt so Eine Rexladung postieren Ein bisschen fahren gehen vorne Wenn ihr seht Das Ding wird eingenommen Und zu entzünden Und dann könnt euch auch mal So einen leichten Kill Save Ja Nein Die Waffe hat Wumms Also Wirklich die Gauss Von den Sniperwaffen her Die Beste Und Ich könnte ja auch mal gucken Mit anderen so Mit Reflex Wie sie ein bisschen ausraste Aber Ich glaube mit der Gauss Macht's einfach über Spaß Denn die Waffe Sieht extrem geil aus Hat ein geiles Geräusch Dann diese Dinger klimpern Da irgendwie vorne Und das hat sich so elektrisch Magnetisch aufgeladen an Und das Gefühl mit der Waffe Ist einfach wunderschön Ja 100 Abos Das ist schon Boah Für uns eine Menge Und Dass ihr alle so Crysis 3 geil seid Finde ich ganz cool Denn Crysis 3 ist ein Spiel Was ich wirklich liebe Ich hab jetzt auch schon Mein Reboot fertig gehabt Und jetzt bin ich ja schon wieder Mit Level 27 dabei Obwohl ich halt kaum spiele Aber Da sieht ihr es halt ja Ich überlege auch Ob ich das zweite Mal Reboote Denn beim ersten Mal Reboot Kriegt ihr cool Waffen Skins Also diese Cell Skins Beim zweiten Mal Kriegt ihr lediglich Nur ein Doctag Also Ich weiß nicht so ganz Ob ich das nochmal mache Ich werde einfach Meine ganzen Module aufleveln Und dann werde ich Vielleicht mal so ein Vergleich ziehen Oder sowas Mal gucken Also Da gibt es noch viel Stoff Was man eigentlich bringen könnte Und Ich versuche die ganze Zeit Auch die DLCs Die DLC Maps zu kriegen Dass ich mal ein paar neue Maps zeigen kann Also es gibt ja diese vier neuen Maps jetzt Und ich Weiß nicht Ich probiere so ein paar Mal am Tag So auf so einen Server zu gehen Da gehe ich extra nur auf diese Besitz Und Team Besitz Und Dieses Possession Modus Oder so Und Keine Chance Es spielt keiner diese Maps Das ist Wahnsinn Und Ja Schade Eigentlich denn dieser Also ich habe einmal Das mit der Stange Also besetzt Gespielt Und Das hat so Spaß gemacht Und die Maps sah so geil aus Und das war halt Crisis 1 Also die Map an sich Und Ja Ich hätte gerne mehr davon gespielt Aber bis jetzt finde ich einfach keine Server mehr Ist ein bisschen schade Vielleicht könnte man ja auch mal so mit den Leuten Die hier von meinen Zuschauern Unseren Zuschauern so Crisis spielen Äh Die klappt halt ich glaube Ähm Soll ich mal so einen Abend verabreden Dann finden wir vielleicht mal so vier Leute oder so Und dann Ich fühle mich mal an Spann 2B2 oder so Ähm Könnte noch mal Egal Zumindest Das war mein Guide Also Guide ja 32 7 Troi Mit der Gauss Kann man sehen Zeigen lassen so ne Hat auf jeden Fall gebockt Mit PC-Guru Und jetzt seht ihr gleich noch meinen Loadout Dann sage ich auch noch ein paar kleine Wörter dazu Und hier noch ein paar Kills So Das ist mein Loadout Die Gauss Mit den ganzen Perks Also Hammer 2 als Sidearm Und die Rex Ladung Extended Magazine Und das normale Visier Annäherungsalarm Habe ich jetzt fast schon auf Stufe 2 Dauert noch ein bisschen Ihr seht ja hier Die Stufen 2 und 3 Die freigeschaltet werden Und hier auch noch mal Markieren Wunderbare Sache Auch fürs Team allgemein Äh Ja genau Und Ja Das ist wunderbar hier Jetzt habe ich mir auch das Video mal gegeben Müsstet ihr gleich mal gucken In diesem Video Okay markiert Markiert Und dann werdet ihr halt nicht markiert Also Wenn ihr markiert werdet Über NanoVision Ihr halt halt keine Hitzesignatur Und jetzt hier Schaut mal Zack Zack Werden die beschossen Und ihr selbst Werdet einfach mal nicht vom ZEV Luftschiff Angegriffen Was übertrieben geil ist Ja Soviel dazu Jetzt seht ihr ein paar Kills Mit episch einer Musik Und äh Ich verabschiede mich Macht's gut Leute Mütter